Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem weiteren Teil von Let's Play FDL Faster Night zurück an Bord der Vorhautverengung und wir sind gerade in einem Schnecknebel unterwegs. Und bisher haben wir also wirklich sehr sehr viel mit dem Biobeam gearbeitet und ich glaube ich werde jetzt aber mal von der Breach Bomb auf die Breach Missile umstellen müssen, weil wir jetzt langsam doch schon sehr starke Schiffe treffen. Und hier könnte die Breach Missile doch etwas mehr noch bringen. Und zwar, wenn der Gegner halt sehr sehr fette Schilde hat und noch eine Mad Bay, dann wird das für uns so gut wie unmöglich den auszuschalten mit der Breach Bomb und dem Teleporter können wir es dann aber doch noch schaffen. Gut, bevor wir den Store anfliegen, falls wir ihn überhaupt anfliegen, gucken wir uns erstmal den Beacon hier an. Wir wollen ja Nebel Beacons anfliegen und zwar so viele wie möglich. Ja, das wäre jetzt mal so ein Kandidat, ne? Das wäre ja mal so ein Kandidat. So, dann holen wir uns mal so eine Defense Drone. Hat natürlich auch einen Teleporter. Wir haben den Cloak, werden also versuchen darüber schon seine Crewmitglieder auszuschalten. Wir nehmen die Breach Missile, powern die mal direkt hoch und wir powern mal die Mad Bay sicherheitshalber. So, in den Raum will er also, alles klar. Da können wir natürlich auch hin. Und wir haben das Engine Mad Bot Dispersal, das ist so eine coole Sache eigentlich. So, den Schneckenhanster, den würde er ganz schnell verlieren. Weil sein Teleporter wieder funktioniert und er gerade eine Ionenbombe abfeuert, tarnen wir uns mal. So, Kamen, du gehst wieder in die Schilde. Ariadne geht mal kurz in die Mad Bay. Du gehst hier hin. Und dann kann die Ariadne mal so langsam hier runter. Und dann gibt es jetzt erstmal eine Breach Missile für dich in deine Mad Bay. Schön, die hat auch getroffen. Gib mir mal zwei Punkte Power hier. Und, äh. Dann soll er sich das erstmal gerade angucken. Und wir gehen jetzt mal auch dazu, würde ich sagen. Ah, das sind Soltan. Ah, ja, okay, da schauen wir mal eine an. Ja, dann soll der Soltan da mal ruhig ein bisschen reparieren. Schade, ich kann jetzt nichts gegen die Bombe machen. Ah, mein Sauerstoffsystem, das ist natürlich ärgerlich. Genau, du reparierst erstmal hier deine Sachen. Und wir tarnen uns, glaube ich, sogar nochmal. So. Und dann kannst du... Sollen wir Kabin hier auch noch mitnehmen? Ich würde sagen, ja. Wir schießen ja momentan gerade nicht auf ihn mit irgendetwas. Nehmen wir hier Kabin noch mit. So, du gehst mal gerade hier rüber gucken. Ist er schon fertig da? Ja. Dann kämpft man gegen ihn. Gut, 61 Scrap haben wir bekommen. Feine Sache. Genau, geht mal alle in die Mad Bay. Dann kann der Kabin schon mal wieder runter. Und die Ariadne kann wieder hier hin. Und Yujun geht auch auf den Teleporter. Ähm, ja. Sieht ganz gut aus. Hier wäre es jetzt halt sehr schwierig gewesen, die komplette Crew nur mit dem Anti-Bio-Beam oder Anti-Bio-Beam auszuschalten. Schon alleine aufgrund der Tatsache, weil das Schiff so riesig ist, ja. Da können wir eigentlich immer nur ein Crewmitglied gleichzeitig ausschalten. Hätte dann natürlich zur Folge, dass das alles sehr lange dauert für uns. Und das wollte ich hier an der Stelle natürlich tunlichst vermeiden. So, dann gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Ähm. Drohnen. Ja, toll. Brauchen wir die? Ja, ich weiß nicht. Ähm. Eigentlich nicht. Wir haben sowieso so wenig Drone-Parts. Ich glaube eher, wir kaufen noch ein paar. Die Breach-Bomb behalten wir mal noch. Die ist ja eigentlich recht gut. Ähm. Kauf mal zwei Drone-Parts. Ja. Also so ein paar sollten wir noch haben. So sechs Stück ist, glaube ich, ganz okay. Wir sind momentan in Sektor sechs. Ja, da gibt es auch, da müssen wir auch noch ein bisschen was, da müssen wir noch ein bisschen was abarbeiten. Ähm. Ich brauche auch noch einen Punkt Energie. Definitiv. Mal wieder den Anti-Bio-Beam und hier das Ding an. Ja. Genau. Ja, 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 ja. So, und dann hätten wir noch mit der Mad-Bay und einem Punkt-Teleporter weniger, hätten wir nur eine Drohne. Okay, ja, 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 so hatte ich mir das vorgeschrieben. Gut, nächster Beacon. Ich schenke mir mal noch gerade ein Käffchen ein. Hm, da seht ihr auch wieder, das ist jetzt auch wieder so ein Problem hier. Obwohl, der hat keine, ähm, der hat keine Mad-Bay. Problem ist hier, er hat natürlich eine, oh shit, der hat auch unsere, ja, ihr seht es auch, der hat unseren Sauerstoff ausgeschaltet. Ich überlege gerade, wie wir das dann am besten machen. Hat auch hier Firebeam, Raketenwerfer, Heavy Iron, der hat eine sehr, sehr gute Bewaffnung. Und er tarnt sich natürlich erstmal, was ich überhaupt nicht mag. Äh, dann gib mir mal die Breach. Wir haben momentan noch 100 Sauerstoff. Sollen wir mal an Bord seines Schiffes teleportieren? Ich würde ja fast sagen, ja. Und zwar, ähm, wir teleportieren uns. Also er hat nur einen Einer-Clock. Er ist ja nicht so lange getarnt. Wir sind bei 93 Prozent. 1, 2, 3, 7, 1, 20. Ja, müssten wir aber eigentlich schaffen. Geh mal in seinen Pilotraum. Achso, genau, Defense Throne, ja. Hm, nee, bevor ich die abfeuere, warte ich mal noch eine Sekunde. So, ähm, du gehst in den Antrieb und du gehst hier hin. Meine Taktik ist jetzt folgende. Ich gehe hin und schicke alle meine Crewmitglieder zu ihm auf das Schiff. Was ich irgendwie gerade nicht kann, weil er getarnt hat. Okay, aber das Gute ist, ich komme wieder aus dem Raum hier raus. Tausche mal Plätze, bitte. Hm, dann geht ihr mal hier runter. So. Ach, die stehen im Tarnraum. Ich bin ja so ein Trottel. Ich schicke mir die sofort hier rüber. Und du gehst mal hier runter. Ah, der hat auch so ein, ähm, hm, okay, ich sehe es. Du gehst mal hier hoch. Und du gehst auch hier hoch. Warte, es ist noch ein bisschen zu früh dafür. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Shit, 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 shit. Nee, warte mal, ähm, mach mal so genau. Du gehst mal hier rüber. Wir haben noch 49% Oxygen, das geht eigentlich. Ich glaube, ich muss die anderen Crewmitglieder rüberholen. Scheiße, ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Sie werden Ariadne wahrscheinlich töten. Okay, es hat doch noch geklappt. Gib mir hier mehr Dingens. So, dann kannst du das schon mal holen in die Mette, ey. Wie viel Oxygen sind wir noch? 36. Hm, das müssten wir aber schaffen eigentlich. 45. Hm, hm. Ich hätte mir meinen Plan etwas besser vorgestellt. Aber der hat einfach zu viele Crewmitglieder gehabt. Geht mal hier runter. Ja. Ja, ihr müsst auf jeden Fall jetzt noch mit dazu. Und ihr geht mal schnell wieder hier hoch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das wird kritisch. Äh, ihr zwei geht auf jeden Fall mal in die Mette, ey. Hier geht hier hin. Nee, 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 nee. Wartet, ihr geht hier hin. Die Breach geht hier drauf. Genau. So. Jetzt schickst du mir die hier hoch. Und ihr geht da hin. So. Äh, nee, nee, nee. Ariadne bleibt mal hier. So, der Dirne geht noch mit da hin. Oder auch wieder hier hin zurück. Okay. Sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Und jetzt müsste auch mein Sauerstoff langsam wiederkommen. Mach die Breach mal aus, nur bevor ich da wieder meine eigene Crew wegsense. Ja, okay, gut. Das geht aber. So, du gehst hier hin. Und, äh, wo war Steliwa die ganze Zeit im Sauerstoffsystem? Nutzen wir die mal zurück. Wir werden ja hier alle automatisch geheilt. Das ist doch das Schöne. In dem Engine Madboot Dispersual. Also insofern hätten wir das auch noch ein bisschen länger überleben können. Aber es war trotzdem mega knapp. Also sollten wir auch schon mal, ähm, ja, erkennen. Ganz knappe Sache, ganz knappe Sache. Aber hier war jedenfalls kein Durchkommen mit dem Antibiobeam, meine ich es mal. Also das war nicht machbar in Anbetracht der Tatsache, dass er ja unseren Sauerstoff geblockt hatte. Also wir haben gerade 103 Kröten übrig. Kriegen wir da irgendwas Cooles? Kriegen wir auf jeden Fall noch mehr Evade, denke ich. So, meine ich, wir schaffen hier noch die 30 Beacons. Also das fände ich auf jeden Fall cool. Oh, Eindring. Hm. Er hat meine Madboot ausgeschaltet. Das ist aber, das ist aber echt gemein. Jetzt muss ich natürlich hier mit dem, ähm, jetzt muss ich natürlich hier mit meinem Antibiobeam und so weiter arbeiten. Ist ja ganz klar. Ähm, schade, die bleibt auch aus, wenn ich meinen Sollte noch einstelle. Okay, ähm, sollen wir mal versuchen, seine Schilde zu attackieren? Ja, das da geht nicht. Wo habe ich denn hier ein Feuer? Ach da, okay, gut. Okay, ich glaube, ich erwische sein, ähm... Ich glaube, ich erwische sein Gerät. Und, äh, dann schieße ich ihm doch mal eine Breach Missile hier rein, bitte. In die Schilde. Mach's mir jetzt den Antibiobeam an. Ja. Ich meine, den, äh, den Höhlenbruch, den würde er natürlich reparieren. Aber, ich kann ihm jetzt auf jeden Fall mal in die Madbay schießen. Und hier versuchen... Ach, das ist eine Firebomb! Ach, jetzt verstehe ich das. Das ist halt natürlich perfide. Das ist perfide. Wenn ich das mal vorher gewusst hätte, hätte ich das ein bisschen anders gemacht. Dann pass mal auf, dann gehst du mal mit dem Stell hier oben hin und wirst ihn auch noch mitnehmen zum Feuer löschen. Denn im Waffenraum kann ich mir das natürlich jetzt nicht leisten. Na. Ähm. Die Dual Laser natürlich noch mal in die Madbayern, der Ionenblaster noch mal auf die Schilde. Und dann nimmst du hier Ariadna auch noch mit dazu. Du gehst mal gerade an den Evade. Tarnung. Auf jeden Fall Tarnung. Weil noch eine Firebomb kann ich mir jetzt nicht leisten. Du musst mal hier noch schnell... Ach, Kacke! Mann, ey, das ist doch nicht wahr! Der Schneckenheimatnebel ist echt brutal. Und ohne Madbay ist das halt... Da habe ich noch nicht mal meinen NG Madbot Dispersion. Das ist halt auch extra gemein. Ich bleibst auf jeden Fall mal hier im Waffenraum stehen. Warte mal, aber eins seid... Der sollte doch hier hingehen und du solltest da hingehen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche... Nee, warte mal, ich glaube, du schießt mal hier hin. Und hol mir mal noch ein Breach-Missile. Genau! So kann es ja auch funktionieren. Achso, mein Sauerstoff ist aus. Ja, das ist nicht so toll. Okay. Danke, danke. Dann werden wir jetzt mal hingehen und unsere Systeme wieder hochpowern. Jetzt mal wieder hier in den Sauerstoffraum. Jetzt können wir das auch mal wieder gescheit regeln. Du gehst hier hin, Kamin geht wieder an die Schilde. Ja, noch ein Mantis wäre vielleicht ganz nett. Dann könnte Ariadne da dauerhaft an den Waffensystemen bleiben. Aber hier bin ich auf jeden Fall froh, dass wir die Breach-Missile dabei hatten. Sonst hätte das hier ins Auge gehen können. Hm. Ist jetzt wirklich die Frage, ob wir hier so viele Beacons anfliegen können. Aber wir müssen auf jeden Fall ja hier rüber. Auch wieder zwei Bottlenecks hintereinander. Das ist auch wieder scheiße. Was können wir denn hier noch so gebrauchen? Noch mehr Cloak? Eigentlich nicht. Mehr Mad Bay? Aber eigentlich auch unnötig. Ich glaube, wir sparen das mal noch für Schilde Stufe 4. Ja, ist wahrscheinlich das Beste. Ähm, ja. Ne, dann fliegen wir hier hin, weil wir brauchen auf der nächsten Seite wieder relativ lange, um die anderen Beacons anfliegen zu können. Da hat die Türensysteme ausgeschaltet. Das ist natürlich auch hier für Fortgeschrittene, das Zeug. Ähm. Diesmal ohne Breach-Missile. Ja, zwei Firebeams. Krass. Aber mach den Teleporter mal aus. Und dafür gibst du mir noch das hier. Ähm. Nochmal Autofeuer aus. Der Ionenblaster schießt hier hin. Der Ionenblaster schießt hier hin. Und, ähm. Ja, schießt hier hin. Boah, ja gut, wenn halt gar nichts trifft, dann geht's auch nicht. Ah, Mann, ey. Da bringt er genau in dem Moment wieder die Schilder online. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, Mann, ey. Ähm. Ja, okay. Oh, er hat sogar eine Zweier-Med-Babe. Puh, das könnte... Das könnte echt jetzt eine harte Nuss werden. Oh, was ist denn das für eine Schild-Aufladrate? Mann. Scheiße. Kann doch echt nicht wahr sein. Hm. Wie machen wir denn das jetzt? Hm, das könnte jetzt etwas länger dauern. Hm, double miss, super. Oh, triple miss, es wird immer besser. Okay. Sollten wir an der Stelle vielleicht nicht einfach jemand anderen an den Waffen trainieren lassen? Vielleicht jemand, der so Soltan-mäßig unterwegs ist, vielleicht hier? Ja. Machen wir mal. Ja, ich mach mal Pause an der Stelle und ich bin dann wieder zurück, wenn wir hier fast mit dem Viech da durch sind. Das dauert ja noch Jahre, also bis gleich. So Leute, ich muss dann hier langsam mal dem Treiben ein Ende setzen. Ich hab mir jetzt gedacht, ich werde jetzt versuchen, ein Boarding-Manöver durchzuführen. Und, äh, ja, ähm, ich weiß noch nicht genau, wir boarden mal hier das Teil. Und, äh, unsere Schneckenhanseln werden wir da auch noch mit dazu packen. Ähm, und dann gucken wir, dass wir gleich irgendwie seine Schilde ein bisschen runter ballern können. Und, ähm, ja, dann schießen wir ihm mit dem Bio-Beam, äh, in die Mad Bay. Okay. Der ist ja auch schon an, ne? Okay. Er hat ne fette Mad Bay, seh ich gerade. Gut, da war ein Killshot dabei, sehr nice. Ey, sag mal, was hat denn der... Nein, bleib... Ne, tu so, als willst du da rüber gehen. Du übrigens auch. Komm, da hol mir mal die vier Burschen da zurück. So, warten wir mal einfach ab. Er hat jetzt nur noch einen Typen da am Start und den werden wir ihm auch noch irgendwie ausschalten. Äh, Steli jetzt hoch zu prügeln, das würde vielleicht ein bisschen zu lange dauern. Obwohl, ich weiß nicht. Naja, wir werden es jetzt mit dem Boarding machen. Die Mad Bay ist einfach zu fett. Ich kann ihm da halt ne Breach reinschießen, aber pff. Dann muss ich ihn trotzdem boarden. Ich kann ihn nicht mit dem Anti-Bio-Beam gescheit ausschalten, weil die Schilde sich auch wahnsinnig schnell aufladen. Also ich denke, er hat da irgendwie so ein Shield Charge Booster oder sowas irgendwie in der Richtung. Und die einzige Möglichkeit ist halt hier die Schilde direkt zu attackieren und auszuschalten. Seht ihr jetzt hier, das ist das, was ich versuche. Und, ähm, wenn wir die Schilde ausgeschaltet haben, dann ihm halt den Anti-Bio-Beam in die Mad Bay zu wensen. Das ist das, was wir machen können. Oder wir versuchen einen Kill Shot, geht auch. Sowas hier, zack. So hatte ich es mir gedacht, ja. Ist natürlich auch brutal. Er hat irgendwie eine 2er oder eine 3er Mad Bay, die wahnsinnig schnell nochmal auflädt. Das ist auch nicht so einfach, da was zu machen. Der Dirne ist übrigens ein guter Captain. Und, äh, Iron Neck Side ist, glaube ich, in ziemlich vielen Skills sehr, sehr gut. Geht ja nochmal hier runter. Steli ist jetzt mittlerweile auch ganz gut gelevelt. Also ich habe ja absichtlich wieder ein bisschen gelevelt. Ähm, und ich weiß nicht gerade, können wir den auch noch nehmen? Eins, zwei, drei, vier. Ja, es geht aber auch so rum, ne? Fünf, sechs, sieben. Ja, dann machen wir direkt den hier unten. Wenn das so viele Jumps sind, sollten wir den hier unten als erstes machen. Äh, okay. Äh, Repair Station. Greetings Travelers, careful fix up. We could easily patch up some of that damage. Ähm, ich guck mal gerade, was es bringt. Und, äh, bei FTL Wikia. Slug Repair Station. Ah, ähm, so. Ähm, oh, ähm. This one Bower. This one resources, something. Hi, I'm on the script. Aha. Wow. wir sagen dann kann man nämlich gegen das schiff kämpfen er wird unseren antrieb natürlich beschädigen aber das ist jetzt gar nicht so schlimm gehen wir mal hin und greifen mal sein sauerstoff system an und mit dem einen blaster keine ahnung ich weiß nicht so genau das ging aber fix also mal zurück ja doch bleibt mal direkt da stehen ich glaube ich muss ihn doch direkt angreifen der grund dafür dreier schilde komme ich schlecht durch obwohl halt mal machen wir eine breach an die bio beam und den jungen blaster kann ich nicht ach schade ok so wir tagen uns mal weg wir haben nämlich momentan keine schilde und er hat ein gleich beam und der tue w ja der tool ultra wie ach ich bin so ein volltrottel dann machen wir jetzt platt kommen wir haben sechs hüllen schaden genommen das war eh viel zu teuer ok 60 scrap ist okay wenn ja hoffentlich irgendwann noch mal ins dorf hin wo wir reparieren können ich muss sagen mit dem anti bio beam wir können wir können wir können gegen dreier schilde nichts machen wir brauchen irgendwie viel mehr wir brauchen noch eine ionen bombe man braucht halt echt ein krasses equipment um da wirklich was gegen machen zu können ich muss hier an der stelle mal pause machen leute wir sehen uns gleich wieder